Diese süße Schmusemaus, die gerade die Streichelneinheiten genießt, ist unsere Ascha. Sie ist ca. 39 cm groß und 7 Jahre alt. Ascha kommt ursprünglich aus einem staatlichen Tierheim, in dem die Zustände sehr schlecht sind. Seit einiger Zeit ist sie nun bei uns auf der Fötchenfarm und macht sich dort fantastisch. Ascha ist eine extrem liebebedürftige und freundliche Hündin. Das kleine Pummelchen freut sich immer, wenn wir ihr Hege betreten, sie ansprechen und kraulen. Dabei ist sie nicht aufdringlich, aber man merkt ihr deutlich an, wie sehr sie die Zuneigung genießt. Ascha ist eher eine ruhige und friedliche Hündin, die ein bisschen abspecken muss. Sie kommt mit den anderen Hunden gut klar, fühlt sich aber in kleinen Rudeln wohler als in großen und ist kein Hund, der mit anderen Hunden schmusen muss. Sie hält lieber etwas Abstand und liebt dafür die Menschen umso mehr. Wir wünschen uns für Ascha ein liebevolles Zuhause, in dem sie ein artgerechtes und schönes Hundeleben führen darf. Wenn du dich jetzt also verliebt hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox unter dem Link. Sie ist bereits gechippt, geimpft und kastriert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.